Herzlich willkommen alle Freunde, zurück zu Among Us, zusammen mit den üblichen neuen Leuten, oder so mit 10, ich weiß gar nicht wie viele wir gerade, aber wir stalken heute Leon, die ganze Zeit, denn, das habe ich euch versprochen, dass es mal wieder so eine coole Folge gibt, deswegen mache ich das auch, und Simon ist da ziemlich lost da oben unterwegs. Da bist du, soll ich das auch machen, ok, habe ich gemacht, Leon, oh nein, ich habe Leon verloren, ich habe Leon verloren, wo ist Leon, Leon, wo bist du, wo ist denn Leon hin, ok, so gab es Rea oben rechts, Laker, keine Ahnung wer es war, es war unten, also Crew hat ja gesehen, wie ich mich gescannt habe, Wer war da unten rechts am, ja, der ist gerade unten rechts, das schweift ihn gerade. Ich bin ermüdet, hm. Ich war gerade in einer Art von der Art von der Art von der Art von der Art dem Art von der 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 Art und Erwandt ist es nicht. Also ich bin zwar am Anfang rechts gegangen, aber als dann das, ähm, das Ding, das Licht ausging, bin ich sofort zum Licht gegangen und da habe ich Exi gesehen und auch, ähm, und, ähm, Dings war Art, das ausgemacht, Wer hat das Licht ausgemacht, Noah? Ja, ich weiß nicht. Äh, hallo. Also rechts wäre auch Simon. Lecklis wäre sehr suspekt. Lecklis wäre sehr suspekt. Okay, ja ne, ich glaube ich sollte einfach gehen. Okay, dann wo ist Lecklis? Nein, nein, nein. Raus mit Lecklis. Was haben Sie jetzt gesagt? Lecklis wäre sehr suspekt. Ich habe den Fall schon auf den Weg gesagt, er wird uns beim Lecklis. Lecklis wäre ein Wendelsprung in die Elektrik rein. Ihr verarscht mich doch! Föber? Föber? Fodensäule. Föber, du wirst ja jetzt. Marco und Aram waren bei mir im bedroom. Aber die Chancen hat er. Lecklis hat die Typ nicht gekillt jedenfalls. Oh Gott. Ich bin hier immer suspekt. Ich bin hier immer suspekt. Mir ist hier auch suspekt. Nein. Oh, sie ist es aber nicht. Okay. Ja ... Mmh ... Die Dressur, die Dressur, die Dressur, die Dressur. 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 Die Dressur. Die Dressur, die Dressur. Die Dressur, die Dressur. Die Dressur. Die Dressur, 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 die Dressur. 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 reporten ich habe nicht gesehen ich will ich will auch noch mal ein guter ein guter auch wenn man mit dem haben ist es nicht es ist entweder Noah oder Lexi wenn Noah kommt mir richtig befreundet die er war uns auch nicht direkt vor erfreundet weil ich bin euch da war auf der anderen Seite ach also ach ich bin ihr hier und die ich habe auf der anderen Seite der Tür heilig ja ich habe euch auf der gleichen Seite Lexi dann ist es nur weil ich habe ich gesehen Lexi ist aber safe Lexi ist safe das sagt Marco doch schon die ganze Runde Lexi ist immer noch spannend Marco labert viel also ist es Noah oder wer jetzt du kannst dich selbst oder Noah raus das hört sich sehr suspekt an Lexi was du also ist es jetzt Noah oder warum ist es denn nicht Aaron weil Aaron war uns mal ach so von der Tür ja 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 Lexi ist die nächste die rausfliegt wenn es Noah nicht ist Noah ist okay ich glaube auch dass es ein Lexi ist tatsächlich die hat nämlich nicht für beziehungs gestimmt für den anderen Mörder Conny oder hat sie es weiß ich nicht mehr oh Lexi jetzt ist das gar ganz böse also sie hat zumindest als Lexi nicht gestimmt ich habe ja gar keinen mehr Scheiß Aaron du hattest komplett recht wir haben noch mindestens 2000 gefehlt Lexi wie trag das denn sein ich habe diese Cybin zuerst dreimal verkauft es war so anstrengend ne ihr grubt ja das Hass ich sag ja ich sag ja Lexi ist eng Leon hat auch gesagt dass es Lexi ist und hat gewählt dass er irgendwann auf mich zukommt und hat uns verfolgen es ging nicht weil uns immer irgendjemand entgegen kam und dann heißt es so ich habe Lexi mit Marco da und danke für ihn ich hätte doch gesagt dass Lexi ist Moots gone das war es dann mit Among Us wir sehen uns dann wieder tschüss